Ey, was ist das denn, ey? Ich baue da ganz, ganz harmlos auf einmal so einen Sensenmann am Start. Einen Sensenmann? Ja, super, ich hab nur einen Stein in der Hand. Einen Sensenmann, den muss ich sehen. Warte, überlebe, ich will den Sensenmann sehen. Boah, nein, der hat mich gleich gekillt. Mach den nicht tot, ich will ihn sehen. Nein, ich will ihn sehen. Nein, stopp. Hinter dem Haus, ich bin im Wasser. Ja, Richtung Schiff. Da sind ultra viele. Ich will den sehen. Da ist er. Lass ihn am Leben. Da hinten sind auch noch zwei. Was machen die hier? Die kommen ab und zu, also das sind die Mops einfach. Es ist dunkel, dann können die spawnen. Hammerhard, ey. Ist mir egal, ob ich sterbe, ich will die sehen. Oh, ist was hinter mir explodiert? Hm, irgendwas ist grad explodiert. Was ist die denn? Oh, wir haben noch einen... Hinterm Haus, der ist mir gefolgt. Oh, oh, ich wollte es gerade sagen, wir haben noch kein Mezioritenschild auf dem Leuchtturm. Auf dem Leuchtturm und Trunk statt. Nein. Ernsthaft? Oh Gott, ich krieg hier nichts mit. Ah, äh, klar Schiffe. Ja, aber, ja. Ach, wie süß sind die denn? Warum machst du den tot? Der ist voll niedlich. Ja, der ist total niedlich. Geh mal weg. Der kuschelt, der kuschelt mit dir und so. Der ist total niedlich. Wo ist denn der? Der mag lieber zu dir gehen, glaube ich. Aber der ist niedlich. Guck doch mal. Na gut, der ist auf mich grad brauer. Ja. No. Jetzt macht er sich gleich unsichtbar, wenn er nur noch die Hälfte seines Lebens hat. Dann fängt er an, sich unsichtbar zu machen. Oh, bei mir leckt's grad mega. Ich hab ihn getroffen. Ja, jetzt portet er sich. Oh, weg ist er. Oh, das ist ja ne Drecksau. Oh, da steht noch einer. Da ist der andere, ja. Die sind so süß. Bin denn nicht süß? Wer schießt denn auf mich? Oh, jetzt mag er mich nicht. Oh nein. Mega die Action. Ja, hinter mir war noch ein Kiefer. Je mehr Leute auf dem Server sind, desto mehr Viechersporn auch, ne? Ja. Echt jetzt? Ach, wie krass. So geschrien habe. Alles gut, Mundi. Alles gut. Ah, Hilfe. Noch einer hinter mir. Leute, hier. Was ist denn hier los? Äh, Schule. Ähm. Müssen das alles ausleuchten. Der Titel, EBSCOR, Mundraub und Nimm dir. Und, ähm, EBSCOR ist mal zu lieb. Und, äh, postet es mal bitte den Multi. Ähm. Mache ich sofort, ja. Aua, was war das denn? Spektra- Wat? Spektral-Cave-Spider? Oh, oh. Ich bin tot. Mein Zeug. Wo seien wir? Da. Wo ist dein Zeug denn? Gut gesehen. Denk ich. Also, da beim... Ich war... Die machen sich ansichtbar an. Dann siehst du nur noch die, äh, Sichtel von denen. War ein Skelet, äh, was verzaubert ist, glaube ich. Hast du's? Oh, bei mir leckt der Server gerade mega. Ja, bei mir auch. Ich seh den nur rum, Baba. Ja, machen die auch. Porten sich die ganze Zeit. Aua. Geh weg. Ich will das sehen. Ich will das alles sehen. Hehehe. Mega geil. Voll die Action. Juhu. Oh, krass, ey. Ach, hier steht der am... Immer noch alles voll mit Viechern. Hinter dir ist noch einer. Nimm's dir. Komm nicht an mein Zeug ran, hey. Nimm dir. Ja, nimm dir, ja. Sorry, ne? Nee. Also, mein Zeug liegt da geradeaus. Da, wo das Skelett ist. Da, wo der Creeper steht. Da bin ich kaputt gegangen. Nee, wir schützen dich. Okay, ja, der macht einen blind und fast tot. Ja, der ist ganz schön stark. Vorsicht. Oh, ja. Also, ich kann mein Zeug nicht einsammeln, sonst, wenn der nicht weg ist. Ja, und ich bin fast tot. Oh. Ich kann gar nicht weg, weil ich es zu essen habe. Okay. Ganz ruhig. Mit Strategie. Nein, nein, nein. Ich bin auch gestorben. Boah, boah, boah. Ich will hier weg. Nee, oder? Doch. Lass mich hier weg. Mist, ey. Ist es jetzt dein Zeug oder meins, was da liegt? Meins liegt da vorne. Und euer ist da hinten. Kann das einer in der Hand nehmen? Dann bleib doch mal irgendwas ein, was geht. Oh, okay. Ich auch. Krass. Heftig, heftig, heftig. Ja, ich auch. Habt ihr alle den Bett nahe? Ich hab kein Bett. Nee, ich bin heimatlos. Ähm, magst du wohl den Bett nehmen hier bei mir? Ja, ich kann eben. Oder, nee. Hä, bei mir ist es Tag gerade. Sachen sehen, ja. Ja, schon. Wir müssen den töten, alle drauf. Ja, ich muss einfach was essen. Mit der Faust, ruf. Ist mir zu essen hier. Mit der Faust. Ihr habt doch bestimmt noch geiles Zeug in euren Kisten und so. Macht den doch mal hier, ne? Und so. Ich rüsste mich gerade aus. Action. Ähm. Gut. Äh, wieso hab ich... Achso, ich hab ja... Da ist noch ein Sensen, Mann. Sehe ich gerade. Sollteaser. Die sind so niedlich. Boah, der hat ja schon wieder ein Loch in meine Hütte gemacht, ey, der Creeper. Dafür sind sie bekannt, ja. Ich hoffe, es ist schon jemand von euch unterwegs. Keine Ahnung. Mein Zeug ist im Wasser, liegt im Wasser, ne? Ich muss erst... Die olle Spinner. Ich hab nicht das. Wo bin ich denn da hingelaufen? Ah, mein Gott. So, ich wollte... Ich wollte die Wasser. Ich wollte eigentlich... ... zum Leuchtturm gehen und mir den mal angucken. Da hat mich einfach ne Spinne kaputt gemacht. Oh, 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 oh. Ich hab... Ich hab mir ne harte Rüstung und nen goldenen Abschluss, wenn der soll da kommen. Nee. Ups. Äh, ist das meins? Bin ich das? Äh, Sammur. Ne, das ist Ex-Core. Wo bin ich gestorben? Meine Schuhe jetzt. Was ist das hier? Äh, Mund drauf? Ja. Wo ist mein Grabstein? Gute Frage. Weiß nicht. Ich bin mal wieder irgendwo hingestolperst. Hier, hier liegt was. Hier liegt ne Schaufel. Ja, unter Wasser ist auch doof. Mach's nid? Steine. Ja, komm, nimm schon. Also, geht doch. Hier ist was. Noch. Kram. Alles voll mit was. Oh, krass. Hier liegt doch was. Ah, das ist ein... Kann ich hier runterspringen? Ja. Ah, ich glaube, das ist in meinem Feld. Ja, spannend, ne, Leute? Spannend, spannend. Aber die sind so niedlich. Aber ich musste hier tauchen und hier müsste so mein ganzes Zeug liegen. Unter Wasser, aber ich sehe nichts. Unter Wasser. Ich hab ein paar Sachen eingesammelt hier von dir. Ah, okay, ja, hier liegt noch Zeug. Das sieht witzig auf. Das Fienk ist übrigens noch da, ne? Ja, da sollten wir jetzt drauf. Warte, warte, warte. Wo? Warte, ich hab die Rüstung und so. Ne gute Moment. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo, 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 wo? Der kehrt dich, pass auf. Was will den jetzt haben? Dieses Bild, ähm, im Platin. Ich hab gerade, äh, gar keine Zeit. Glaube ich haben, oder? Nee, ähm. Oh, bei mir ist der Hexet abgeschmiert gerade. Oh, was ein Typ, ey, Leute. Was hat er gehört? Ich dropp mir an der Sachen. Warte, ganz kurz. Krass, krass. Heftig, heftig, ey. Vielen Dank für den Follow. Ja, Dankeschön für den Follow. Kommt gleich. Gleich wird's angezeigt. An Schule 42. So, ich guck mal in mein Inventar, was er getroppt hat. Ich glaube, es müsste die Meteoritenachs gewesen sein. Okay. Ich hab die Äthel-Squip nennt. Das ist von dem Szententräger. Und nen, und nen Diamanten-Squiddy-Squiddy. so jetzt kann ich in ruhe gucken ob ich noch mal zeug hier irgendwo finde ich habe aussagen immer wasser musste alles soweit weiß ich nicht habe ich sachen von dir oder ich habe sachen von dir auf jeden fall ok rucksack und so ja hier bin ich ja auch gestorben jemand auch noch sachen von mir ja haben wir okay gut alles was noch lag da das ist ja nicht was ich da alles dabei hatte ich habe ja gebaut gerade so der kassel ich denke zumindest sehe ich nichts mehr ja ja gut ausleuchten im Bereich um uns herum richtig heftig ja richtig heftig ja dann komm mal her ja richtig gut ab gerade ja fast wie bei is the next to die gestern bei euch das war ja genauso das stimmt so lädt er das jetzt neu ja auch sehr schön was denn du da alles bei dir wird ein schwert angezeigt und das ist meine kampfrüstung ok darum und auf 11 m und auf 11 m und auf 11 m und das geht auch nicht ich bin schon voll im inventar ich passt noch was dann dann muss ich platz machen du hast noch platz im rucksack oder nicht ja ja hab ich weiter weiß gar nicht hier stein und so habe ich noch ja ach wie krass rucksack das packe ich auch noch mal das zeug hier rein ach etzgo du hast da so effekte ne das wird nur bei dir angezeigt so jetzt habe ich wieder platz mega cool weil der die schuhe noch nicht anhand warum habe ich denn jetzt ein schildes ein bett sein das ist von dem hier wahrscheinlich ich nein 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 sicherlich nicht hast du einen kingsline getötet achso ne keine ahnung müsste ja eigentlich ein skeletor irgendwas ne hey was was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wir meinen das kommt gut sein achso oder sein kann auch sein muss nicht sein also wir sind die nicht ja fansgate ach ich habe wieder meine ne hab ich nicht meine meteoritenrüstung habe ich nicht an ne ein moment ich bin gleich wieder da ja bis gleich gut 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 ach jetzt bin ich auch mal in der luft ja herrlich so ich zieh mal wieder los ne ich habe stardust gefunden kann damit wer was anfangen doch ja ja also ich würde es behalten aber ich ziehe jetzt wieder los das heißt ich sterbe gleich wieder und deswegen das wäre verschwendet das wäre zu schade boah das war aber krass ey gut dass ich den kram so liegen habe dass ich den schnell nehmen kann mega cool mit den ich hab damit nicht gerechnet ey ne damit rechnen wir noch nicht ne diese special mobs und wenn die die haben halt verschiedene ähm abilities die können sich halt mischen und wenn die sich ganz krass mischen so drei vier krasse sachen dazukommen so dann passiert halt sowas ja mega geil also ich nehme die grabsteine mit mach das soll keine erinnerung dran bestehen ja ne soll keine erinnerung dran bestehen ach so ja doch dann lassen wir so dann sorry dann mach ich so ich mach den wieder hin hast du dich ein Jahr später wird das sowieso gebaut schätze ich ja aber hast du schon recht ach wir bauen wahrscheinlich sowieso mal einen friedhof so ne an die tapferen nein treibsand ich hab's vergessen ach ach ich bin rausgekommen oh mega ja da war direkt daneben der block da war wasser Schwein gehabt ach oh nein jetzt bitte nein ich mag diese Biome nicht ach ich hab heute auch wieder Probleme mit meinem PC hier ja Technik ne und so so ich hab geschrieben halt das geht nicht rein hier liegt Eddie der tapfer sehr schön doch gut eieieiei was ne Action ey oh der Traubsand hm aber die hab ich auch noch nicht gesehen die Typen krass äh wie abgefahren ist das denn hier beginnt Wasser in der Luft oh durch Lex in Hexelt gestorben nicht schön Warnung so können wir nochmal reconnecten ja macht das bei mir läuft's gut ich bin der einzige bei dem's gut läuft auch bei mir geht das eigentlich jetzt auch grad also außer dass es eben einmal abgestürzt ist ja das liegt aber am PC also ja kannst du mal fragen ob jemand von den anderen einen Electric Stuff hat dass die dir den mal zeigen können habt ihr sowas ähm ne aber ich kann mir grad mal einen bauen ok also ich glaub ich hab auch keinen ich müsste erstmal nachschauen pondern hahaha hahahahaha ja nicht zwar gut ey waaass dreckigige lache hier oder was WACK Ä häh so hälb äh so hälb ever Consum Problem dann, vielleicht können wir ja helfen. Ähm, wenn ich, ähm, genau, ein Bot-Access-Token, was kommt da rein? Was? Wie bitte? Nochmal Deutsch, Deutsch. Ein Bot-Access-Token. Ja. Ein Bot, ähm, Zugriffstoken. Ja, wo, also... Und dann ist er ein Channel-Access-Token. Channel-Access-Token ist ja der Twitch, ähm... Ach, bei OBS jetzt? Nee, bei Mod-Bot. Ach so, Mod-Bot hab ich noch nicht gemacht. Noch nix. Und so. Das tut mir leid. Ich, 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 ich meld mich an, alles normal. Ich geb denen die Rechte für Twitch, ich bleib Twitch da an, dann sag ich da drauf zugreifen und dann sagst du mir nü. Aha. Hm. Also das, äh, praktisch, über den Mobot, äh, praktisch, äh, connecten mit, mit Twitch, dann. Ja, ich bin ja... Ein Piratenschiff! Also, authorize. Aha. Das ist ja, bei mir ging das ganz easy. Ja, bei mir eigentlich auch jetzt die ganze Zeit, nur jetzt mag er nicht. Oh, okay. Hm, das ist sehr schade. Moment. Äh, selten. Leute, da ist ein Piratenschiff! Einfach so! Echt? Aber die sind auch selten, oder? Hm, ja, geht auf dem Meer gar nicht. Oh, mega krass! Ja, rein mit dir! Ja, haha, genau. Haha, gute Idee! Als ob ich mir das nehmen lassen würde. Ich hab' ein Glas von Dreck, ich hab' ein Glas von Dreck! Oh, ich liebe es! Haha, ich musste so lachen! Haha, ich war im ersten Teil, war ich im Kino. Ah, das weiß ich bei mir gar nicht mehr. Ja. Ich hab's gefeiert, du! Ja. Ich hab' ein Glas von Dreck! Boah, das ist ein Glas von Dreck! Wir müssen mal her bei mir! Ne, bei mir nicht! Letzte war, äh, Dumm und Dümmer 2! Wow! Richtig! Ich hab, äh... Ich hab mich so weggeschmissen, ey! Hammerhart! Schule schreibt, du stirbst gleich! Na? Wollen wir wetten? Haha! Ja! Bin ich auch, äh... Das ist ein Spawner! Wie arschig ist das denn? Ich hab nix! Keine Hacke! Kein Schwert! Boah! Manu ist auch noch in der Lava gestorben! Das ist ganz übel! Du veräppelst mich doch, wenn die näher... Also hier ist ein Skelett, was hier skelettig ist! Achso, ein Skelett-Spawner! Ne, ich mein' auf dem Schiff! Achso! So, ich bin wieder zurück! Manche sind dann Spawner, die dann beim näher kommen, so zu Piraten und sowas werden! Ne, das hier ist ein Skelett-Spawner! Och, Manu! So, wie mach' ich das denn jetzt hier? Da kommt Treppen... Ich will einen Piraten-Spawner! Seh! Ganz viele Treppenstufen machen! Ofen anmachen! Also das ist dann kein so ein Spawner wie die, sondern die ploppen dann um in die... Ja! 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 Ja, na gut! Aber das war's mir wert! Ein Discounter... Anführend auf jeden! Ja, es gibt ja zum Glück keinen Discounter, ne? Deswegen ist das ja alles in Ordnung! Ich bin grad am überlegen, ob ich nahträglich einen einfüge! Und das bleibt ein zweiter Tod! Niemals! Niemals! Mach das... Mach das bitte erst, wenn ich anfange irgendwo zu bauen! Okay... Dann darfst du das gerne! Dann können wir... und so, ne? Ja, mit nachträglich! Ich mein' ja auch mit dem Tode nachträglich! Komm, raus damit bitte! Meinst du? Ja! Wir sind über Hilfe sehr erfreut! Ja, das wär' super! Weil du kriegst ja alle gar keine Coinies! Das ist doch voll schade! Ja! Sonst stolpert er und steckt alle selber ein! Schulle schreibt, ha 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 ha! Was soll das denn heißen? Ja, ha 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 ha! Ah, so! Könnte sein, ja! Ich hab' geraten! Ha! Ja! Und in, äh... afghanesisch! Was? Die Zäune hab' ich jetzt immer noch einstecken! Aber die werden ja wohl nicht so wertvoll sein, ne? Nö! Sind hier eigentlich auch die Zäune dann auch verschiedenen Farben und so? Nö, ne! Leider nicht! Ach, das leider nicht! Ja, das war in der 1.5 ja auch damals, glaub' ich, noch gar nicht, ne? Ne! Das haben wir ja echt erst jetzt geändert! Das ist schade! Kommt drauf an, was man für ein Holz benutzt, oder? Ne, hier nicht! Das ist die 1.5 ja! Ach so! Das kam ja erst mit der 1.7! Ja, das kam ja später! Ja, aber im Menü werden mir die, im Menü werden mir die schon bunt angezeigt! Also hier, jetzt wenn ich jetzt in die Suchanfrage geh' Dann, 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 dann! Da sind bunte Zäune und so! Also, vielleicht doch! Das fänd' ich das Bücher sehr freier! Vielleicht doch! Ja, sehr gut möglich! Kommt drauf an, welches Holz man nimmt! Verlass mich bloß nicht auf das, was ich sag' Also, hey! Tja, Hex ist immer für eine Überraschung gut! Geht dann auch mal auf! Ja, das tut mir jetzt echt ultra leid für alle, die zuschauen! Ähm, ich krieg den Modbot nicht zum Laufen! Ja, vielleicht ist das auch wegen nem Update und Twitch und keine Ahnung heute, ne? Mach das mal morgen ganz in Ruhe, dann läuft das vielleicht auch wieder! Ja, ohne vielleicht, ohne dass du was tun musst du! Gucken ohne Beginn! Ja, Manu, mach's gut, ne? Schön, dass du da warst! Schlafgut! Mach's gut, ja! So, pack' ich doch mal wieder was neu da hier, nee! Verrück' wie ich bin, pack' ich Kohle in den Ofen! Oha! Das gut geht! Sehr wagemutig heute, sehr wagemutig! I'm crazy! Alter, hier sind riesige Bäume! Das ist ein Creeper! Nein! Das und vieles mehr, erfahren Sie in der nächsten Folge! Nein, Spaß! Hilfe, Hilfe! Oh, was? Dann ist gleich ein Tod da! Genau, super! Schon wieder einer! Ach so! Wo denn? Wo bist du denn? Beim Grabstein! Nein! Ach, da hinten! Bisschen unterwegs! Alle weg! Oh, wieder Mega-Action hier! Alle weg oder alle hin? Oh, ein Haufen Skelette! Ich, ich lauf' weg! Oh, oh, oh! Ich seh's, ich seh's! Und da oben ist auch noch einer! Oh, Hilfe! Ich brauch' bisschen länger! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Lass mich doch in Ruhe! Man hört nur die Tastatur da! Was fliegt denn da schon wieder für Zeug? Mann, ich verpasse das alles! Ich muss eigene Action machen! Verdammt! Oh, was ist das hier? Die produzieren auch diese Hunde und sowas, weißt du? Diese Astralviecher hier! Astral... Ach, das ist wieder Eis! Ich seh' nix! Die stellen wir gleich schon wieder hier alle! Also, Schule schreibt gerade, ich hab' euch alle offen und es lag' nix! Da läuft wohl alles! Droff! Ja, das ist doch super! Aber so funktioniert das! Alles gleichzeitig! Hast du gehört halt da? Ja! Äh, ja! Das ist schön! Hey, ist er tot? Alter, wie geil ist das einfach! Wie geil ist das, Leute! Das sieht so aus! Cool! Das sieht so aus! Ja, ich hab' nix! Also, äh... Der hat aber nix gespawnt, ne? Der Typ, oder? Ne, ne, die... Keine... Special Mobs in der Art und Weise! Ah, okay! Warum steht denn da mein Name so oft? Boah! Weil mein Name ist schwank! Boah! Ja, wie geil ist das denn, wie der Zombie geflogen ist, ey! Ich feier's gerade! Wo hast du's jetzt hier? Cool! Cool! Mein Name steht da viermal drauf! Ah! Wenn der zu lang ist! Ah, okay! Deswegen steht viermal Mutrop LP drauf, oder wie? Ja! Äh... Äh... Ich würd gern an die Kiste... Wie... Ich geh' noch an die Kiste... Verdammt! Ah! Wie gemein ist das denn? Was denn? Wie wär's denn? Achso, Herr K. Kannst mal bei Gelegenheit ausprobieren, ob du, äh... An die Kiste kannst, mittlerweile? Bei dir? Ich hab' den Spawn vorwiegenaut. Bei euch geht's ja immer, immer... Ah! Okay! ...noch weiter da oben, ey! Jetzt brennt hier die ganze Hütte ab, oder was? Neuuu! hier ist ein riesiges baumhaus und da war so eine fiese laberfalle die ich natürlich auch gleich aktiviert haben jetzt habe ich es verstanden hier der teppichboden legeexpert hat geschrieben nieder mit dem laminat und ich habe überlegt was will ich damit jetzt sagen und gerade ich lese es gerade noch mal guck rüber zum chat und jetzt habe ich ja ist ja auch keine 14 uhr mehr sondern nicht nein ich bin schon wieder geschlagen hallo chocoboos aber die sind so süß oh schade konnte auch nicht helfen er wollte nur mord werden ach so das geht aber auch nicht genau jetzt gehen alle so jetzt komme ich an alle ran sehr schön ja perfekt ich brauche kohle ist doch super so in welche richtung gehe ich denn diesmal kohle 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 soo du willst echt nichts an ein starter kit haben ne äh wie bitte auf star was nein ich jetzt nein 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 alles gut alles gut alles gut ok ich klappe erstmal das gebiet ab ganz so ne hektik habe ich das bild vergessen danke entschulde hol mir jetzt mal dieses dieses äh pinke äh holz ja mach das hier ist schon wieder ne katze ne ich sag euch wenn ich mir fisch besorge und äh versuche ne katze zu finden dann suche ich lange ach da ja normal jetzt habe ich schon die dritte katze hier auf dem server gesehen ich glaube minecraft hat auch ein algorithmus einprogrammiert das äh was man bauen will und was man fehlt ja 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 oder wenn du so spezielles suchst so melonen oder so dann kannst du vergessen kannst du vergessen kürbissamen das registriert das spiel und dann vergisst du es mhm mhm hier äh mir fällt gerade noch was ein äh ihr habt so einen bereich bauprojekte ne habt ihr da so ja und du hast ja was von der mauer gesagt wollen wir das dann mal als nächstes äh das hört sich so falsch an von der mauer angehen ja als projekt oder also nach nach ratenschiff und leuchtturm tue ja wieso nicht ja ok dann machen wir das doch dann wieso ach Martin kann ich jetzt nicht das ist voll ungünstig gerade ähm ich muss einfach schauen was da los ist mit dem Modroll ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ja die sind so niedlich die Pinguine und und die Mammuts und solche Sachen willst du auch ein Pinguin reiten oder ja na klar wer will das nicht hallo nennen ja auch nur einen der das nicht will es gibt so nen Hookshot damit kann man es natürlich an den Pinguinen ranhängen das ist bestimmt toll aber das ist ja auch nur ein Spiel so ich benötige jetzt muss ich kurz mal in mich gehen ach ne ne schon wieder schon wieder wenn es so brutal ist dass es in der Türkei verboten wird ja das ist gerade jetzt obwohl Minecraft und Realität ja doch noch auseinander zu halten sind also für mich findest du wir haben auch keinen Zollenturm gebaut in meinem Garten was und nachdem ich einmal versucht habe einen Baum mit meiner Hand zu fällen habe ich es auch gelassen no das ist alles eine Frage des Trainings ja äh habe ich auch mal gedacht jetzt weiß ich was ich wollte juhu oh da ist ein ist das ein Storch da ist ein Storch ich glaube das ist ein Storch reich nein ein Pelikan verdammt es sieht aber aus wie ein Storch oh wie süß ja die Hühner sehen auch aus wie Enten also ja ein Pelikan ich möchte ihn züchten Mundraub lässt die Rüstung mal lieber an ja ich glaube auch ja nach der Action eben ein Wunder oder ja das ist ja nie Alter diese Bäume Leute oh ähm zwei Momente ich komm gleich wieder da bist klar gerne auch zwei Momente was so und Kühe Leute das sind Kühe 散 jetzt sind sie langsam zu verrückt glockt mich gleich aus das wird lange aus Kühe echte Kühe mit Flecken ich meine so uprising Fliege brennende Viecher kein Thema aber Kühe die sind doch niedlich fliegende Wolken und so Oh, da ist schon wieder so ein Turm. Ach, was kann ich denn schon wieder? Ich mach dafür wieder irgendeinen Zeichen. Leute, ich kann nicht anders. Ich muss einfach da reingehen. Ach, irgendwas komisches will ich da zusammenbauen und crafte irgendwie was. Weißt du? Ach so, ja. Äh, blä, blä. Ich verstehe. Ich bin auf einem guten Weg. Sprach's und machte alles falsch. Ging zum Lager, um sich was zu holen, kam zurück und wusste nicht mehr, was er bauen wollte. Ja, normal. Klassisch. Oh, bei mir leckt grad mega. Flieg ich wieder raus? Ja, bei mir leckt auch grad ein bisschen. Ich möchte nicht rausfliegen. Ja, ich bin grad bei so mega Bäumen hier. Bei so mega, mega Bäumen. Also bei mir scheint alles gut zu laufen. Bisher hat sich niemand beschwert. Ja. Ups. Ach, herrlich, ey. Das wird mega hier, echt. Mein Traum. Ach, Minecraft. Ja, ja. Die alte Diva. Wie früher die alten Tage, wo ich noch mit Lego gespielt hab. Aber, du, herrlich, du. Ja, warte. Hab ich mir damals auch mal gedacht, bevor Minecraft da war, so. Ich kann... Lego Online geben, oder sag ich, auf PC. Lego Online. Ja, auf PC, so. Ja, ja. Da ist schon wieder ein Nether-Tor. Und da ist so... Das sieht so aus wie dieses Stone... Wie heißt das? Stone Age, oder so? Dieser Stein-Kreis, ne? Ihr wisst schon. Wie bitte? Stone Age, ne? Ja, so heißt das doch, ne? Das sieht da so aus, wie so ein Stein-Kreis. Da muss ich gleich mal gucken gehen. Ist das eine gute Idee? Ich kann nicht anders. Ich muss einfach. Ja, mach mal ruhig. Alles gut. Jo, da bin ich auch schon wieder da. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Und erst mal wieder Werbung hier. Willkommen zurück, ja. Jo, danke. Hier ist gar nichts Besonderes. Hier sind ein paar Glowstones. Kann man hier runter? Ach, da kann man runter! Ey, dieses... Das ist so abgefahren. Wie krass ist das denn? Ähm, wo habe ich jetzt mein Holz? Aber es ist wirklich schon wieder Halt 1. Das gibt es doch nicht. Ja, das ist halt richtig. In letzter Gesellschaft verfliegt die Zeit. Ja, das stimmt. Nicht sagen sowas. Ey, nicht auf die Uhr gucken. Da muss ich leider anmerken, weil lang kann ich heute nicht mehr. Ja, ich werde auch nicht mehr lang machen. Also die Stündchen werde ich noch machen. Ja. Aber mir leckt gerade mega übertrieben. Ich glaube, ich muss sie auch nochmal ein- und ausloggen. Aber hier sieht es mega cool aus. Schon wieder was Neues entdeckt. Hallo, Minecraft? Disconnect. Ich muss überlegen, wie ich das dann am besten mache. Ja. Ich starte einfach den Launcher nochmal nur. Viel Glück dabei. Beim Überlegen. Eigentlich müsste ich ja schon... Hätte ich ja schon früher anfangen müssen. Wolle, Ed. Im Überlegen. Ja. Ja, ich brauche... Ed, du brauchst auch Wolle, gell? Ja, und du brauchst auch Rote, ne? Brauche ich nicht. Ähm, ich brauche jetzt gerade noch zwei Reihen Weiße, dann würde ich da eh aufhören. Aber das sollte jetzt eh reichen. Warte, warte, hier. Ich habe die Lösung schon vor Augen. Mach das alles dann. Du hast die Schere auf dem Rücken. Ist ja lustig. Besser offen als im Rücken, ne? Ich will von Vorteil sein. So. Ist auch irgendwie so ein Klassiker, ne? So. So. Nun, ne? Ne? Nun, ja. Nun. Nun ist auch schön. Ich muss mal kurz hier gucken, was. Im Chat alle zufrieden, das freut mich. Keiner schreibt irgendwie, irgendwas ist nicht okay. So muss das, ne? So muss das, ja. Scheint allen zu gefallen, ja. Nachdem das gestern so eine Katastrophe war. Ja. Das stimmt. Verleuchtung ist guter. Ja. Ich finde das auch ganz schön unsymmetrisch und sozialistisch. Unsymmetrisch oder passt? Ja, die Seiten sind länger als die, ja. Die Seiten sind länger als die Seite. Da kommt jetzt so eine hin. Da kommt so eine hin. Wie kann das unsymmetrisch werden? Du bist so gar nicht so groß. Ja, wir haben falsch angefangen. Uns hatten keine Lust mehr, aber wir neu anzufangen. Ah. Ja. Ja, na ja. Aber hey, wenn es nicht auffällt, ist es auch gut. Wer ist da gerade an dir vorbeigehüppt? Ich war es wahrscheinlich. Achso. Wo bist du denn, auf, wo, 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 wo? Ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt. Ja, wohin? Ich springe auf deinem Haus herum. Achso. Mach das mal. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die. VIP. Ich darf nicht, ich kann mich gerade nicht. Entschuldige. Nicht einloggen. Läuft. Wunderbar, danke dir. Fürs Feedback. Du kannst dich gerade noch einloggen. Nee, ich kann mich gerade nicht einloggen. Wir starten mal das ganze Ding neu, den Lantan, alles. Refresh. Alles einfach zumachen und neu. Ja, okay. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du was gesagt hast, dass du rausgeflogen seist. Äh, nee, ich habe ganz bewusst mich dafür entschieden, neu zu starten. Warum will ich die ganze Zeit Stille sagen? Vielleicht hast du Hunger. Nein, ich habe keine Ahnung. Stille. Eine leckere Stille. Eine Stille. Stille, hier, was hängst du von meinem Boot? Oder von unserem Boot? Hast du da eine Idee für? Kannst du gerne weiterbauen ein bisschen. Das ist doch kein Boot, das ist ein Schiff. Ja, ein Schiff. Wo ist da der Unterschied? Ja, ein Boot, ein Boot ist ja klein, ein Schiff ist ja mächtig, groß. Aber, äh, nee, umgedreht. Ein Boot ist ja eher, nee, warte mal, ein Boot ist ja eher ein Rettungsboot. Na, wups, kriegst du es hin? Was ist denn ein Kahn? Ich kenne nur einen Kahn, nu. Kahn ist wie ein Lampfer, oder? Oder ein Kahn. Oder ein Fußball, ein Torwart. Oli, genau, der Oli. Es ist, ja, egal, Themawechsel. Besser ist's, ne? Besser ist's.